Yeah, this is going down for real Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Story Mode Und ja, das letzte Mal sind wir hier auf dem Markt stehen geblieben und sollen nach diesen berühmt-berüchtigten Typen suchen Hier sind auf jeden Fall Masken aus Und ich glaube... Okay Ich glaube hier könnten wir den Typ finden mit einer Maske bestimmt, hoffentlich ist der einer von denen Wir können die leider jetzt nicht ansprechen, aber wir können auf jeden Fall weiter gehen Und hier steht auf jeden Fall Knotes sold out Alles klar Hm Na gut, gucken wir mal weiter, vielleicht finden wir auch nochmal unsere Freunde hinten Ist auf jeden Fall ein DJ Alles klar Alles klar Okay, gucken wir mal, ob wir mit dem sprechen können Ist klar, keine Fragen Alter Okay, gut Der will also jetzt nichts Aber dann haben wir auf jeden Fall nochmal den Typ, den Lucas, der auf jeden Fall auch gewonnen hat Gucken wir mal, was der so will Oder was der noch so für uns hat Nichts 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 Alles klar Ähm Ja komm, wir sind ehrlich Danke Ja Hörst Du Wir Was Ich geh mal davon aus, dass der Team... Oh, der hat noch ne Frage, okay. Äh... Cool Beans. Okay. Ich würde mal sagen, der hat auf jeden Fall ne Maske auf. Der versteckt sich hier irgendwo. Da ist auf jeden Fall noch einer mit Maske. Okay. Wir ändern hier so ein bisschen die Ansicht. Was ist mit dem Steuernohmutter? Den haben wir denn hier da. Axel. Was für Axel-Schweiß. Wow. Das bringt's voll. Das ist das von Rückenchweiß. Das ist klar. Das ist klar. Wenn etwas wie das Telefon geht, du hast eine Antwort. Stopp' zu messen, wir brauchen deine Hilfe. Ich war mir schauen, ich versuchte. Ich habe nur eine kurze Zeit. Das ist klar. Habt ihr gesehen, Ruben? Ich habe mir gedacht, dass er es in der Stadt gekommen ist, als ich mich überrascht. Ich habe nicht gesehen, Hyde, oder Haare. Aber ich bin sicher, dass er gut ist. Er ist ein schwerer Schweiß. Komm schon. Ach, Schweiß. Oh. Hat er ihn? Hä? Ich könnte schwören, dass wir der... Der Mund packt einfach raus. Alles klar. Wir gehen einfach. Könnt ich. What the fuck? Alles klar. Oh, zu loht. Was, was, was? Move, you idiot. Ich glaube, ich war Fies. Oh, ich glaube, der wird uns nicht mehr helfen. Der wird uns, glaube ich, nicht mehr helfen. Der hatte ich mich etwas... Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas falsch entscheide. Da ist Ivor. Alles klar. Mann, ich mache alle Sau auf mich. Also sogar, wenn wir mit Leuten ansprechen, kann es gefährlich ausgehen. Aber der hat hinten so eine... Ruben. Ruben. Oh. Nein, das ist mein... Hier ist Adfurt. Alter, der darf nicht sterben. Nein. Oh nein, das ist ein... Oh nein. Oh, oh. Ich mache gerade noch eine Fehlentscheidung. Ich mache andauern, glaube ich, Fehlentscheidungen. Alle mögen mich nicht. The Rats and Engineer. So, dem wird echt keine Scheiße mehr bauen. Ich glaube, ich habe ja für ihn schon zu viel gemacht. Und wir gehen ja so nach ein bisschen Leitfaden. Also, wir können nicht immer entscheiden. Da wäre auf jeden Fall auch noch was. Aber ich glaube, wir sollten mit... Mit Petra? Ne, ist nicht Petra. Oh, der guckt böse. Es wird viele Fehlentscheidungen geben noch. Oh, da spielt noch jemand. It's really important. Es wird alles klar. Läuft bei dem. Chickens. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe das so eine gute Idee, was... Ich glaube, es ist wieder eine Fehlentscheidung. Ich glaube, es ist wieder eine Fehlentscheidung. Okay, jetzt haben wir eine neue Mission. Da ist auf jeden Fall, was wir nutzen können. Es wäre zu auffällig. Es wäre zu auffällig, das zu nutzen. Aber ich gucke mal hier. Das ist ein Trampolin. Da könnte... Slime-Demo. Alles klar. Hmm. Hmm. Ich hoffe, ich könnte das Glas mit einem Slime-Block erreichen. Also, nicht unsere Option. Aber wir können mit dieser wunderbaren Frau noch reden. Aber die würde uns jetzt wahrscheinlich nicht verkaufen. Oh, Mann. Eine round of Slime-Balls for everyone, please. Hm. Wait, this is only eight Slime-Balls. We need one more, to make a block. Okay. Wie alle Slime-Blocks nirgengen. Und damit haben wir wieder mal verkackt. Wunderbar, ich einfach eine Sache der anderen verkacke. Das ist... Okay, hier können wir tatsächlich nicht weitergehen. Yeah. Yeah. Ich kann auf die Stelle laufen. So, was haben wir hier noch? Ja, auf jeden Fall hier noch ein... Das wäre zu einfach, das einfach zu usen. Es wäre einfach... Zu einfach. Aber wir müssen es anscheinend. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Alter, war so ein Chicken Guardian. Alles klar. Alter, wie sieht der denn aus? Oh, Mann. Ist der hässlich. So, okay. Ruben. Ich habe ihn gefunden. Oh, Mann. Ruben ist voll sauer auf uns. Aber. Lucas. Zudem war man nett. Hey, Lucas. Can you do me a favor? Anything is possible. I need slime balls. I swear I have a really good explanation. Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Thanks, Lucas. Also, immer schön nett sein. Kommt ja auch alles. Ach. Okay. Wir sind richtige Crafting-Typen. Oh. Nein. Ich habe noch nie einen Slimeball ge... Gott, wie ist denn das Crafting-Rezept da... Ah. Bam! Boom. Und da haben wir uns ein... Was ein geiles Crafting-System. Warum machen die es nicht in Minecraft rein? Das wäre voll cool. Oh, jetzt wird gehittet. Oh, dürfen wir jetzt springen. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Nee, anscheinend nicht. Würden wir es schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge von... SPRING! Oh, das funktioniert auf jeden Fall. Oh mein Gott. Der perfekte Boost. Bitchlap. Ruben ist böse auf uns. Und damit sind wir in der Festung des Bösen drinnen. Nein, anscheinend auch vielleicht guten. Aber jetzt speichert es ganz erstmal. Alles klar. Ja, wirklich genau, weil sie offen war. Äh. Whatever we have to do. Oh, we have to. Okay. Ach komm, das war wieder was Negatives bestimmt. Mann, keiner mag mich mehr von meiner Gruppe. Oh. Und da kriegen wir einen exklusiven Blick... ...auf das, was uns alle helfen wird. Das wird böse. Sieht sehr böse aus. Ich hab echt Angst, dass wir wieder eine Fehlentscheidung haben. Ja, das hab ich ja schon gesagt. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. So, und jetzt müssen wir den da nach oben suchen. Und es hat gerade ein wenig geruckelt. Allerdings ist das beim rauszoomen. Verstehe gar nicht wieso. Auf jeden Fall jetzt hier. Auf jeden Fall jetzt hier. Auf jeden Fall ist es. So. Gehen wir mal hier lang. Und die Dinger sind groß. Das ist auf jeden Fall Petra. Die sucht euch auf jeden Fall was cooles da raus, bestimmt. Oh, hallo. Haha. Ein Drecksrad. Too heavy. And too soft. But super flashy. Yeah, I don't think this guy does much fighting. Hey, you still have that one stone sword, right? Yeah, I had to wave it at this jerkwad butcher earlier, you know, to save Rubens' life. Kriegen wir jetzt ein neues Rad? You're keeping it? But I thought it was too soft, too heavy. Eh, it's still might come in handy. Und es ist super flashy. Alles klar. Jetzt ist erstmal wieder was gesteckt. Unsere gute Petra. Dann gucken wir mal, hier können wir nicht lang. Da ist auf jeden Fall Achselschweiß. Fragen wir mal gerade nochmal. Das nennt sich Pilz. Gut. Wir haben auf jeden Fall hier einen fancy Punkt. Super besonders. Kriegen wir das? Wir sind super nett. It's all of you. It's yours, if you want it that bad. I've never wanted anything badder. No way he won't notice his fancy potion is missing. A good thief always covers his tracks. Hey, 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 hey. Oh, da ist ja eine Geheimdachse. Oh, yeah. The perfect crime. Doch da wird sich jetzt das neue Kreis geben. Und wir werden es auf jeden Fall mal drücken. Und das auf jeden Fall zur Freundin. Aber gut. Bam. Und da ist er. Oh, le Jr. Was ist das? Das würde auf jeden Fall interessant. Was ist das? Das könnte böse werden. Aber wir sollten auf jeden Fall in die Truhe gucken. Und wir öffnen sie dem Leon. So, good news. Weird news. I found the skull, but... The hell? Why would I risk my neck for that skull if he's got two of them already? He was in such a hurry to get it, too. There's gotta be something bigger going on here. This has gotta be connected somehow. Er will einen Wither herstellen. Nimm es doch mit! Nein! Ist echt so, nimm sie dir. Oh nein, 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 nein. Nimm es euch trotzdem mit! Und wir müssen fliehen, wir müssen fliehen, wir müssen auf jeden Fall fliehen. Ich kann nicht laufen. Da kommt... Oh nein. Und ich ziehe den nicht. Oh, ist das schweinig knuffig. Hehehe. Und weg ist es. Was war das? Wer ist da? Hier ist jemand. Das wird knapp. Schau! Schau! Alles klar. Ich bin ein Follower! Wuuuuh! Okay, sagen wir was richtig cooles. Ich glaub das war... Ich weiß nicht. Hm. Huuh. Jetzt wird es gefährlich. ... da etwas. bääh. Aha! Schau dir die Freunde den Abック Welthom! Die Cristo bematen. Spannend! Wir haben einen waschechten Gegner. Oh! Wir haben einen waschechten. Jawoll Komm schon Schweinchen, renn Und das ist das Böse und ich würde sagen, wir sehen uns auf Alles klar, es geht noch weiter, ich kann einfach nicht einfach aufhören Egal was jetzt kommt, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall Mann, das gibt's doch nicht Alles klar Doch trotzdem würde ich sagen, was ab jetzt hier passiert, sehen wir beim nächsten Mal Ich würde sagen, bis dahin, ein wunderhaftiges und greiftiges, seid gespannt Ciao